Hi und herzlich willkommen. Heute wieder mal zur Beantwortung einer Zuschauerfrage. Mir hat jemand unter... ich habe irgendein Video geschrieben, ob ich mal was dazu sagen kann, wie man mit Ernährung auf natürliche Art und Weise seine Triglyceride senken kann. Die Person hat einen zu hohen Triglyceride-Spiegel im Blut und der Arzt ist kurz davor, Medikamente zur Senkung zu beschreiben. Daher kann ich das gerne machen, denn es gibt Methoden natürlich, seinen Triglyceride-Spiegel zu senken. Und zwar eine Sache, die man zusätzlich essen sollte und drei Sachen, die man weglassen sollte. Wenn ich jetzt tatsächlich im Dialog mit euch wäre, würde ich fragen, was wollt ihr zuerst hören? Die gute oder die schlechte Nachricht? Jetzt muss ich es mir selber aussenken. Also fange ich einfach mal damit an, was man hinzufügen sollte, damit man sich nicht so restringiert fühlt. Omega-3-Fettsäuren senken den Triglyceride-Spiegel. In der Endokrinologie, in der Formulatur wird das so gemacht, dass Omega-3-Fettsäuren als Medikament beschrieben werden, sodass der Patient das isst und dann seinen Triglyceride-Spiegel senken kann. Das muss man aber nicht mit Kapseln machen, das kann man auch mit richtigem Essen machen. Heißt Chia, heißt Leinsamen, die senken den Triglyceride-Spiegel. Der Mechanismus, der dahinter steckt, den kennt man noch nicht. Man hat das einfach nur beobachtet, dass es funktioniert. Omega-3-Fettsäuren essen, Triglyceride-Spiegel, sinkt. So, Nummer eins. Nummer zwei. Nahrungsfett weglassen. Also alles, was nicht Omega-3-Fettsäuren ist, rausschmeißen. So stark wie irgendwie möglich. Besonders die gesättigten Fette. Von den Ungesättigten halt nur so viel essen, wie man braucht. Seinen Fettanteil auf unter 20% schrauben und diese 20% dann gerne aus Omega-3-Fetten verzehren. Auch damit senkt man den Triglyceride-Spiegel. Was auch sehr effektiv ist, was jetzt nicht auf jeden zutrifft, der erhöhte Triglyceride hat, ist Alkohol weg. Komplett aus der Ernährung heraus. Hängt damit zusammen, dass Alkohol ausschließlich von der Leber verstoffwechselt werden kann. Deswegen gehen die gesamten Alkoholkalorien in die Leber und die Leber macht daraus Fett, lässt es in den Blutkreislauf und dann hat man seine erhöhten Triglyceride. Also auch hier den Alkohol weitestgehend am besten komplett streichen, wenn man Probleme mit zu hohen Triglyceride-Werten hat. Was viele Leute nicht wissen, was man auch sehr lange nicht wusste, ist, und das ist jetzt bei Nummer 4, Fructose steigert den Triglyceride-Spiegel. Was ist jetzt Fructose? Fructose ist nicht Fruchtzucker, Fructose ist nicht Obst. Auch da passieren immer wieder Verwechslungen. Fructose ist ein Einfachzucker, der in Kombination mit Glucose das Saccharose-Molekül bildet. Und dann sind wir bei Haushaltszucker. Fructose ist auch in Obst drin, Glucose ist aber auch in Obst drin. Glucose steigert den Blutzuckerspiegel. Ist ein Problem für Diabetiker. Glucose sorgt für Insulinausschüttung. Daher hieß es vor 20 Jahren oder so noch, man solle als Diabetiker die Glucose gegen Fructose austauschen und lieber mit Fructose süßen. Damals gab es noch Diabetikerschokolade, es gab Diabetikereis. Da war als Zucker überall Fructose drin und nicht Glucose. Und dann hat man festgestellt, Fructose steigert den Triglyceride-Spiegel. Und dann standen die ganzen Diabetiker da, hatten einen halbwegs gut eingestellten Blut-Glucose-Spiegel, aber ihre Triglyceride schossen durch die Decke. Daher heißt es heutzutage für Diabetiker, sie sollen sich normal ernähren, also genauso wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung es auch für Gesunde empfiehlt. Die sollen nicht mehr explizit Diabetiker-Zucker, also Fructose essen. Fructose ist genau wie Alkohol. Fructose kann genau wie Alkohol nur von den Leberzellen verstoffwechselt werden und nicht von allen anderen Körperzellen. Daher stellt die Leber auch da wieder fest, okay, Glykogen ist voll, kann ich nichts mehr damit machen, also mache ich aus diesen Kalorien Fett und entlasse es in den Blutkreislauf und wir haben damit erhöhte Triglyceride. Es gibt sogar Obstrohköstler, die da ein Problem mit haben, deren Triglyceride-Werte zu hoch sind, weil sie sich den ganzen Tag nur von Obst ernähren und da dann auch zu viel Fructose zu sich nehmen. Wobei natürlich Obst ein gesundes Nahrungsmittel ist, bei dem man durchaus auch zulangen kann, aber sich auslöslich von Obst zu ernähren, ist da halt auch keine gute Idee, auch nicht für die Triglyceride. Es gibt dann noch das Phänomen, dass Leute genetisch bedingt einen zu hohen Triglyceride-Spiegel haben. Das ist fatal. Also Triglyceride-Spiegel, der wirklich abgrundtief hoch ist, sodass man die ganzen Blutfettwerte nicht mehr anständig berechnen kann. Ich denke, die profitieren ebenfalls davon, diese Sachen zu berücksichtigen, aber ich weiß auch von Leuten, die einen genetisch zu hohen Cholesterin-Spiegel haben, dass die zwar in der Lage sind, mit Ernährungsmaßnahmen den zu senken, aber eben nicht so stark, wie er gesenkt werden sollte, um im Normbereich zu sein. Ja, da muss man mal überlegen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man das Medikament zusätzlich mit eingreifen sollte oder nicht. Das ist dumm, aber das ist auch nicht der Standardmensch. Otto Normalverbraucher hat deswegen erhöhte Triglyceride-Werte, weil er zu viel Zucker isst, weil er zu viel Fett isst, weil er zu viel säuft. Und zu wenig Omicadre ist. Und das sind alles die Sachen, die man unternehmen kann, um natürlich seine Triglyceride zu senken. Das war's für heute. Ich bin froh, dass das Video nicht so lang geworden ist. Ich bin unfassbar im Stress. Und warte darauf, dass diese Woche vorbei ist. Das war's. Ich sag tschau. Bis bald. Eure Silke. Eure Silke. Eure Silke. Untertitelung des ZDF, 2020